Hallo und Herzlich Willkommen wieder zurück bei Final Fantasy 14. Gestern habe ich hier nicht gezockt, weil ich ein paar technische Probleme hatte. Mein Steam wollte nicht funktionieren. Sehr belastend. Was für eine Überraschung, wir sind wieder in einer Warteschlange. Heute mal seit langem mal wieder die Cam angemacht. Ach, das ging ja jetzt schnell. So viel Schrotten. So. Ja, das wundert mich wieder nicht. Der Kontrolle will wieder nicht. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist, weil ich Steam noch nicht umgeschaltet habe. Ach ja, und hier habe ich auch ein Problem. Ich habe vergessen. Ja, verstehe ich. Ich habe es nicht umgeschaltet. Was ist das denn? Schmeckende. Ähm, nee, das ist mein Schatz nicht. Die Shadbox an sich könnte größer sein. Das ist, ähm, das ist schrecklich. Ja, das, ähm, nee, das ist... Was ist hier? Das ist hier, ist aber jetzt etwas too much. Das ist mal für 15. 14. 14. Okay, ist okay. Kriege ich Gläser. Okay, ich hab hier... 15. 15. 15. 15. 16. 15. 15. 18. 218. 228. Aber er geht noch immer nicht! Mist! Ähm... Mal schauen... Ich glaube es liegt daran, dass ich... Das ist... ...steam ja gestern neu installiert habe. Steam Overlay... Controller, Controller als... Steam-Eingabe aktivieren... So... Mal schauen, ob das jetzt... ...besser funktioniert... Ne... Ich glaube, ich muss alle aus dem Spiel gehen... ...und ich wissen... ...was ich auch als Problem habe... Ähm... Ne, ich könnte nicht... Ich komme nicht schon das normale Menü... Ne... ...das ist auch nicht das... Hä? Ich bin jetzt dumm... Ne, das ist... Was ist das? Ähm... Ne... Die haben dann auch... ...eine Stand genommen... ...eine... ...hier ist für die Schatten-Einstellung... ...aber... ...ah... ...ich geh jetzt sowieso... ...ich jetzt mal... ...ich jetzt mal raus... ...ja... ...ich geh raus... ...ah... ...je... ... 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 ich sowieso eine Einstellung umändern beim Controller, dass die... Steam-Einstellung-Controller... Theme-Eingabe für Xbox-Controller aktivieren. Ne, das ist richtig, das hat er so übernommen. Eigentlich wollte ich ausschauten, dass man den Big Picture... So, ist egal... Starten für das Spiel wieder neu. Ich muss hier schon mal ein Bild verstecken. So, wenn ich Study-Einstellung auf dem Importenbringe einst, So, dann... Oh, wacht... Es ist besser. Ja, das kann man. Ich hatte schon letztes Mal dieses Problem mit dem Kontrollarm. Ich glaube es liegt einfach daran... Der Kontrollarm muss schon angesteckt sein, bevor ich das Spiel stache. Mhm. Den wir jetzt... Ich würde sich einfach mal an Eis und eine Waffel gegönnt. Ich würde sich einfach mal an Eis und eine Waffel gegönnt. Okay. Mit mir zu dann. Ja. Puh, das wir direkt aktivieren. Spielersuche. Was? Wie schnell ging das denn bitte? Das geht nicht. Puh, das geht nicht. Ja. Ja. Wir sind nicht nur auf der Rolle. Nass! Das war's für heute. 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 Okay, das sind richtig schlechte Erfahrungspunkte. So, was gibt's hier um zu suchen? Okay, das war's für heute. Ah, das war's für heute. Hier geht's. Okay, das war's für heute. 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 Da kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Was ist mit dem Typ hier? Was wir zeigen, dass alles aus ist. Dass alles aus ist. Okay. Danke. Okay. Das war's für heute. jetzt müssen wir hier hin Sie müssen hier hin Das ist ein Wettbewerb. Jaaa! Das war's für heute. 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 Okay, so... Das war's für heute. 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 Schöne, 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 Schöne. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr viel. Ich weiß, es war eine sehr kurze Runde, knapp 40 Minuten gestreamt. Das ist wohl einer meiner kürzesten Streams, die ich hier gemacht habe. Aber ich bin viel zu müde. Aber es wird nicht traurig. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir sehen uns dann morgen. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr. Ich glaube, das wird für heute nicht mehr.